Heute schauen wir nach England, Irland und die USA. Der heutige Seher ist im frühen 19. Jahrhundert eine Berühmtheit in seinem Bereich gewesen und eigentlich nicht für Prophetien im eigentlichen Sinne bekannt. Aber hört selbst. Die Rede ist von John Nelson Darby. John Nelson Darby wurde 1800 in einer prominenten Familie in London geboren. Seine Ausbildung erhielt er an der Westminster School in London und am Trinity College in Dublin. Zunächst wurde er Anwalt, aber diese Karriere dauerte nur vier Jahre, bevor er Priester der Church of Ireland in der Diözese Dublin, Irland, wurde. Darby führte die berufliche Veränderung auf seinen Wunsch zurück, sich ganz dem Werk Gottes zu widmen. Nach seiner Entscheidung machte sich Darby Sorgen über den vorherrschenden Zustand der Kirche, die seiner Meinung nach durch die Formalität abgestumpft war und verließ die Church of Ireland 1827, etwas mehr als zwei Jahre nach seiner Ernennung zum Priester. Der Arbeitsstil, schrieb er, entsprach nicht dem, was ich in der Bibel über die Kirche und das Christentum gelesen habe, es entsprach auch nicht den Wirkungen des Wirkens des Geistes Gottes. Darby schloss sich Edward Cronin, John Bellet und Francis Hutchinson an und gründete eine überkonfessionelle Gruppe, die sie Brüder nannten. Das erste Treffen fand in Dublin statt, weitere Treffen folgten. Bald versammelten sich an mehreren Orten Versammlungen. Die bekannteste Gruppe befand sich in Plymouth, England, und der Name Plymouth Brethren ist seitdem zu einem Standardnamen geworden. Zur Erklärung Die Plymouth Brethren Christian Church, auf Deutsch die Christlich-Evangelische Bewegung, ist eine christliche Gemeinschaft, die auf der Bibel als Wort Gottes basiert, so bezeichnen sie sich auf ihrer Homepage selbst. Eines von Darbys Zielen war die Wiederherstellung einfacher Kirchenpraktiken, bei denen jedes Mitglied als Pfarrer fungierte. Im Jahr 1828 veröffentlichte John Darby eine Broschüre mit dem Titel The Nature and Unity of the Church of Christ, in der er die Überzeugungen der Brethren Church darlegte. Er verfasste eine Bibelübersetzung für private Studienzwecke und veröffentlichte eine französischsprachige Zusammenfassung aller Bücher des Neuen Testaments. Darby ist heute vor allem dafür bekannt, Prämillenarismus und Dispensationalismus zu lehren. Darbys Dispensationalismus zielte darauf ab, die unterscheidbaren Ökonomien im Erlösungsplan Gottes zu erklären. Er sah einen Unterschied zwischen Israel und der Kirche und lehrte sieben Evangeliumszeiten. Das Paradies Noah, Abraham, Israel, die Heiden, den Geist und das Millennium. Darbys Aufteilung der Geschichte war keine radikale theologische Veränderung. Was seine theologische Perspektive in der Kirchengeschichte bedeutsam machte, ist der streng wörtliche Ansatz, in dem er die Heilige Schrift interpretierte, die Trennung Israels und der Kirche und die Annahme, dass die Entrückung und das zweite Kommen zwei unterschiedliche zukünftige Ereignisse seien. John Darbys Ansichten über Kirchenmitgliedschaft und Eschatologie, gepaart mit Darbys unflexibler Haltung in solchen Angelegenheiten, führten schließlich zur Spaltung der Brüderkirche. Diejenigen, die sich auf die Seite von Darby stellten, wurden als Exclusive Brethren oder Darbyites bekannt. Die anderen nannten sich die Offenen Brüder. Aufgrund seiner heilsgeschichtlichen Schau vertrat Darby außerdem die Ansicht, dass die Kirche nach der Zeit der Apostel irreparabel verfallen sei. Der Verfall habe bereits zur Zeit des Neuen Testaments begonnen. Darby stimmte in vielen Lehraussagen zwar mit den Freikirchen überein, kritisierte jedoch deren erklärte Absicht, die Gemeinde nach dem Neuen Testament wiederherstellen zu wollen. Eine Wiederherstellung der ursprünglichen Gemeinde Jesu sei nicht mehr möglich, da Gott nie etwas wiederherstelle, was der Mensch verdorben habe und außerdem das apostolische Amt fehle. Für die gegenwärtige Gemeinde, die Elberfelder Bibel spricht in ihrem ursprünglichen Text von Versammlung, sei es nur noch möglich, sich im Namen Jesu zu versammeln. Matthäus, Kapitel 18, Vers 20, Elberfelder Bibel Unter dieser Versammlung im Namen Jesu verstand Darby vor allem das sonntägliche Brotbrechen, also das Abendmahl. Seine Vision war es, dass sich alle Gläubigen an jedem Ort der Welt am Tisch des Herrn versammeln und in ihrer Zusammenkunft vom Heiligen Geist geleitet werden. Am Brotbrechen dürfen nach Darby jedoch nur solche teilnehmen, die sich durch gesunde Lehre, reinen Wandel und Trennung vom Bösen, dazu gehören auch die kirchlichen Strukturen, von den anderen unterscheiden. Darby unternahm von 1859 bis 74 sieben Vortragsreisen durch die Vereinigten Staaten und Kanada, was zu einer weiten Popularität seiner theologischen Perspektiven führte. Darüber hinaus wurde es ganz oder teilweise in andere Sprachen übersetzt. Es wird Darby zugeschrieben, die Theorie der Entrückung vor der Trübsal erfunden zu haben, in der Christus seine Braut, die Kirche, vor den Gerichten der Trübsal plötzlich aus dieser Welt in ihre himmlische Bestimmung entführen wird. Somit wird das prophetische Programm mit Israels irdischem Schicksal fortgesetzt. Dispensationalistische Überzeugungen über das Schicksal der Juden und die Wiederherstellung des Königreichs Israel stellen Dispensationalisten an die Spitze des christlichen Zionismus. Weil Gott in der Lage ist, sie wieder einzupfropfen. Und sie glauben, dass er in seiner Gnade werden, dies entsprechend ihrem Verständnis der alttestamentlichen Prophezeiung tun. Sie glauben, dass, auch wenn sich die Wege Gottes ändern mögen, seine Absichten, Israel zu segnen, nie vergessen werden, so wie er der Kirche unverdiente Gunst erwiesen hat, wird er dies auch einem Überrest Israels tun, um alle ihm gegebenen Versprechen zu erfüllen. Genetischer Samen Abrahams Darby sah die Bibel in verschiedene heilsgeschichtliche Epochen, die sogenannten Haushaltungen, im englischen Dispensations, aufgeteilt. Seiner Ansicht nach müssen Bibeltexte im Zusammenhang dieser Epochen gelesen werden. Besonders wichtig ist die strikte Trennung zwischen Israel, dem irdischen Volk Gottes mit irdischen Verheißungen und einer irdischen Zukunft, und der Gemeinde, dem himmlischen Volk Gottes mit himmlischen Verheißungen und einer himmlischen Zukunft. Dieses theologisch-hermeneutische Modell wurde als Dispensationalismus vor allem im amerikanischen Protestantismus weit über die Brüderbewegung hinaus bekannt. John Nelson Darby starb am 29. April 1882 in Burnmouth, England. Nach der Auffassung John Nelson Darbys sieht die Endzeit wie folgt aus. Da dieser Text extrem lang ist, habe ich ihn in eine gekürzte Form gebracht. Ich hoffe, das ist okay so. So, los geht's. Zitat Was unsere Zeit in dieser Welt betrifft, so richtet der Vater, Petrus Kapitel 1, Vers 17, Wenn ihr den Vater anruft, der ohne Rücksicht auf die Person nach dem Werk eines Jeden richtet, so verbringt die Zeit eures Aufenthaltes hier in Furcht. Dieses Urteil wird in der Heiligkeit seiner Natur gegen das Böse und in seiner väterlichen Fürsorge für uns in Heiligkeit verwirklicht. Aus diesem Grund müssen wir uns selbst richten, und wenn wir es nicht tun, werden wir vom Herrn gerichtet. In dieser Hinsicht gibt es seine Regierung, die Züchtigung des Herrn. Hebräer Kapitel 12, Vers 5 Die zukünftigen Urteile des Sohnes Christus richtet die Lebenden und die Toten bei seinem Erscheinen und seinem Reich. Jetzt ist nicht die Zeit des Gerichts Christi. Vielmehr ist es die Zeit der Gnade für die Welt. Natürlich kann Gott in das Gericht eingreifen, wenn es ihm am meisten gefällt. Aber dieses Mal ist die Zeit seiner Gnade. Wenn Christus erscheint und das Königreich errichtet, wird es die Zeit des Gerichts sein. Wenn Christus für sein Königreich erscheint, werden Gericht und Gerechtigkeit auf der Erde zusammenkommen. Er hat einen Tag bestimmt, an dem er den Erdkreis, die bewohnbare Erde, in Gerechtigkeit richten wird, durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 31 Wenn der Herr die Toten richtet, kommt er überhaupt nicht. Christus sitzt auf einem großen weißen Thron und Himmel und Erde fliehen. Sein Königreich wird Gott übergeben, nachdem dieses Urteil vollstreckt wurde, aber erst dann. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 24 Aber es gibt noch ein anderes Gericht, das über die Lebenden oder Lebenden für das Christus kommt. Diese Zeit wird wie die Tage von Noah und Lot sein. Es wird gegessen, getrunken, gekauft, verkauft, gepflanzt, gebaut, geheiratet und geheiratet werden. Der Tag des Gerichts wird über sie kommen wie ein Dieb in der Nacht. Eine ganz andere Szene als der große weiße Thron. Die Heiligen mit Christus im Gericht. Wenn Christus im Gericht kommt, wird es diejenigen geben, die mit ewiger Vernichtung bestraft werden aus der Gegenwart des Herrn und aus der Herrlichkeit seiner Macht, wenn er kommen wird, um in seinen Heiligen verherrlicht und von allen Gläubigen bewundert zu werden. Bei diesem Gericht begleiten ihn die Heiligen Engel als Menschensohn. Wird kommen in seiner eigenen Herrlichkeit und in der seines Vaters und unter den heiligen Engeln. Lukas, Kapitel 9, Vers 26 Allerdings bringt er auch seine Heiligen mit sich. Wenn Christus, der unser Leben ist, erscheinen wird, so werdet auch ihr mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Die aber in Jesus entschlafen sind, wird Gott mit sich führen. Diese Wahrheit darüber, dass die Heiligen mit Christus kommen, wenn er erscheint, um die Lebenden zu richten, wird in der Heiligen Schrift vollständig gelehrt. Schon im Alten Testament lesen wir, und der Herr, mein Gott, wird kommen und alle Heiligen mit dir. So auch bei Judas, der Herr kommt mit Zehntausenden seiner Heiligen, um Gericht zu halten. Alle, Verse 14 und 15 Krieger und Sitzungsurteile Bevor das Jahrtausend beginnt, wird Gott auch alle Nationen versammeln und sie vor Gericht bringen. Das Gleichnis von den Schafen, Böcken und Brüdern. Matthäus 25 Beschreibt dieses Gericht über die Nationen, obwohl es sich hierbei nicht um die Vernichtung des Tieres und seiner Heere und des falschen Propheten handelt. Letzteres wird von Christus als vom Himmel kommendes und kriegerisches Gericht vollstreckt. Und in Gerechtigkeit wird er richten und Krieg führen. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 11 Es ist die Vernichtung derer, die sich beseelt von Satan gegen ihn erheben. Aber neben diesem Kriegergericht gibt es ein Sitzungsgericht, das Urteil über die Schafe und Ziegen. Nach der Vernichtung des Tieres und des Antichristen wird Christus den Thron Jehovas auf der Erde in Jerusalem einnehmen. Denn Jerusalem soll der Thron Jehovas genannt werden, und das Gericht wird von seinem Thron ausgehen. Am Ende von Matthäus 23 wendet sich der Herr an Jerusalem und erklärt, dass ihr Haus für sie verlassen sei. Und er erklärt, dass sie ihn von nun an nicht mehr sehen würden, bis sie sagen, Gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt. Der Herr berichtet dann von allem, was mit dem Zeugnis unter den Juden bis zu seiner Ankunft zusammenhing, als sie den Sohn des Menschen kommen sehen werden auf den Wolken des Himmels mit großer Macht. Ruhm Dann ermahnt er seine Jünger und stellt in drei Gleichnissen die Verantwortung der Christen in seiner Abwesenheit dar und zeigt, dass das Aufschieben seiner eigenen Rückkehr den öffentlichen Dienst der Kirche zu hierarchischer Unterdrückung und Weltlichkeit führen würde, wie es geschehen ist. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm. Dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Nationen, die Heiden, versammelt werden. Von Israel und den Christen wurde bereits gesprochen. Das Evangelium vom Königreich war als Zeugnis an alle Nationen, alle Heiden ausgegangen. Und nun war das Ende gekommen. Die Nationen wurden die Schnellen danach gerichtet, wie sie diese Boten des Königreichs empfangen hatten. Es ist ein Fehler zu sagen, dass es hier zwei Klassen gibt. Es gibt drei. Die Schafe, die Ziegen und die Brüder. Die Ziegen hatten diese letzte Botschaft des Königreichs verachtet und wurden verurteilt. Die Schafe hatten die Boten empfangen und wurden gesegnet. Sie behandelten die Brüder so, als hätten sie Christus auf die gleiche Weise behandelt. Gerichtet werden die Nationen auf der Erde, wenn Christus kommt. Christus wird als König sitzen und die Heiden richten. Ein Ereignis, von dem die Propheten oft sprechen. Das Urteil über uns, inwieweit und wie gilt das Gericht für uns, für die himmlischen Heiligen. Erstens sind sie vom Gericht über die Lebenden und die Toten eindeutig völlig ausgenommen. Wenn er erscheint, werden sie mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Sie kommen mit ihm, wenn er kommt, um das Gericht zu vollstrecken. Dies wird durch die eindrucksvolle Szene in der Offenbarung bestätigt, wo der Thron, nicht der Gnade, sondern des Gerichts der Donner, Blitze und Stimmen im Himmel aufgestellt ist. Wir müssen erkennen, dass wir alle der Verurteilung unterliegen und in uns selbst dem Urteil unterliegen, weil wir Gott gegenüber verantwortlich sind. 2. Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 10 Aber der Christ hat dies durch die Gnade vorweggenommen. Er hat durch die göttliche Lehre erkannt, dass die Verurteilung sein eigener Teil ist. Er weiß, dass in ihm, das heißt im Fleisch, nichts Gutes wohnt. Er hat durch ein göttliches Werk in seiner eigenen Seele erkannt, was Sünde vor Gott ist, wie der Richterstuhl es zeigen wird. Aber dann hat er auch erkannt, dass er, der die Lebenden und Toten richten soll, auch als Erlöser eingetreten ist, bevor er Richter wird und seine Sünden in seinem eigenen Körper auf dem Baum getragen hat. Die Sünden, für die er selbst hätte gerichtet werden müssen, wurden bereits von einem anderen getragen, und das Werk, das sie beseitigt hat, ist getan und kann nicht wiederholt werden. Wenn er vor dem Richterstuhl Christi erscheint, steht er vor dem, der sie selbst alle hinweggetan hat. Aber in welchem Zustand erscheint der Christ darüber hinaus vor dem Herrn? Er ist in Herrlichkeit auferstanden. Über ihn kann kein Urteil gelten, dass sein Sein in der Herrlichkeit beeinträchtigen könnte, denn er ist bereits darin, wenn er dort erscheint. Wir werden dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer Kapitel 8, Vers 29 Was ist das Gericht, wenn wir ganz wie der Richter sind und er selbst unsere Gerechtigkeit? Und das Wissen darüber wird auf unser gegenwärtiges Glück in dieser Welt angewendet. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, damit wir am Tag des Gerichts Freimütigkeit haben, damit auch wir in dieser Welt sind, gleich wie er ist. Johannes Kapitel 4, Vers 17 Der Schrecken des Herrn In 2. Korintherbrief betrachtet der Apostel zunächst den eigentlichen Teil des Heiligen nicht als Tod und Gericht oder gar als Tod und Glück. Es bedeutet, dass die Sterblichkeit vom Leben verschlungen wird. Der sterbliche Körper wird in Herrlichkeit verwandelt, ohne dass der Tod notwendigerweise dazwischenkommt. Aber Tod und Gericht sind das Teil des gefallenen Menschen. Und wenn der Tod dazwischen kam, blieb sein Vertrauen ungerührt, denn er hatte göttliches Leben. Wenn er vom Körper abwesend wäre, wäre er beim Herrn anwesend. Dann denkt er über das Gericht nach, nennt es den Schrecken des Herrn, sieht ihm voll ins Auge und erklärt, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden werden. Was dann? Zittert er oder denkt er an sich selbst? Keineswegs. Vielmehr überzeugt er die Menschen. Sein Schrecken erzeugt keinerlei Schreckenswirkung auf seinen eigenen Geist. Es war ein Urteil, das als solches Auswirkungen auf andere hatte. Es hatte jedoch einen starken Einfluss auf sein Herz und sein Gewissen. Andere waren nicht so frei wie er. Der Gedanke an diesen Tag erweckt die liebe Christi auf drängende Art und Weise und überzeugt Menschen, die dazu nicht bereit waren. Aber dann, zweitens, bringt es ihn auf heiligende Weise als eine gegenwärtige Sache in das Gericht Gottes. Wir sind, werden es nicht sein, vor Gott offenbart. Und dies ist eine äußerst wichtige Wirkung. Wir werden praktisch in die Gegenwart Gottes gebracht, um uns selbst zu richten und dies im Hinblick auf Gut und Böse zu tun, wie es an jenem Tag beurteilt wird. Das war also die Wirkung auf Paulus. Kein Schrecken für ihn, sondern ein Ansporn für ihn, unbekehrte Sünder zu suchen und seine Seele in der Gegenwart und Furcht Gottes zu bewahren. Belohnung, nicht Verurteilung. Ein weiterer Ausdruck in dieser Passage erfordert eine Bemerkung. Die Dinge zu empfangen, die im Körper geschehen. Der Ausdruck Urteil wird sorgfältig vermieden, auch wenn es in gewissem Sinne ein solches gibt. Der Mensch würde daraus bald eine Frage der Akzeptanz der Person machen. Was die Bösen betrifft, brauche ich nicht näher darauf einzugehen. Sie werden die Dinge empfangen, die im Körper geschehen sind. Es wird ihre Verurteilung sein. Was aber die Heiligen betrifft, so werden sie auch die Dinge empfangen, die im Körper geschehen. Was die Annahme betrifft, sind wir in Christus und haben alle Christus als unsere Gerechtigkeit. Aber Heilige haben das Privileg des Dienstes und im Wirken des Heiligen Geistes durch uns gibt es einen Unterschied. Wir erhalten durch die Gnade den Lohn der Arbeit und jeder Mensch seinen eigenen Lohn entsprechend seiner eigenen Arbeit. Die Heilige Schrift spricht davon, eine volle Belohnung zu erhalten. Die Thessalonicher werden die Freude und Krone der Freude des Paulus sein, nicht unsere als Frucht seiner Arbeit. Wenn wir mit Holz, Heu und Stoppeln gebaut haben, wird alles verloren sein, obwohl wir gerettet sind. Mit einem Wort, Gerechtigkeit ist in Christus. Sie ist für alle gleich, aber Dienst wird belohnt. Wenn dies geschieht, werden wir in Herrlichkeit sein und nicht einmal die Natur, das Fleisch haben, in dem wir gesündigt haben. Wir werden wissen, wie wir bekannt sind und Gott Rechenschaft über uns selbst geben, einen Rückblick auf unser ganzes Leben und alle gesegneten Wege Gottes mit uns geben, alles so sehen, wie Gott es sieht und uns über die vollkommene Gnade wundern, die uns geführt hat, uns von unserer Geburt an. Wenn ich jetzt zurückblicke, verehre ich Gottes Gnade, dann werde ich wissen, wie ich bekannt bin und die tausend Beispiele sehen, wie sein Auge über mich gewacht hat, um mich zu segnen. So manifestieren wir uns jetzt, selbst wenn wir darüber nachdenken. Wir werden dann tatsächlich einen Bericht erstatten, aber es ist, wenn wir verherrlicht werden und für immer mit Christus zusammen sind. Zusammenfassend gibt es also ein Gericht über die Lebenden, wenn Christus kommt, und ein Gericht über die Toten danach vor dem großen weißen Thron. Es gibt ein andauerndes Gericht, wenn Christus im Laufe des Jahrtausends in einem allgemeineren Sinne die Macht wiedererlangt, die mit der Gerechtigkeit verbunden ist, die die Erde regiert. Für die Heiligen gibt es überhaupt kein Gericht. Christus kommt, um sie zu sich zu nehmen Ich finde seine Interpretation sehr interessant und denke, auch wenn es keine direkte Schauungen sind, hat er durchaus Platz in den Reihen der Seher. Es sind ja Interpretationen der Bibel. Aber auch dies erfordert einen offenen Geist und ein Verständnis dessen, was die Bibel übermitteln möchte. Ähnliches sehen wir auch bei vielen anderen Sehern und daher finde ich, ist es auch hier eine Art Prophetie. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nun bleibt mir nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert kostenlos diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Aktiviert am besten die Glocke. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern.